Diese hier angebotene 2-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 15. Februar 2015 bezugsfrei. Die gut gepflegte Hochpartei-Wohnung befindet sich in Münster. Das Objekt wurde 1999 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Tiefgaragen-Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 68 m² beläuft sich die Gesamtmiete dieser Hochpartei-Wohnung auf 729 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal